Tja, was war denn los, den heutigen Part? Heute haben wir wirklich heute mehr, mehr erlebt, als du dich denkst, ey. Willkommen zu einer weiteren Folge von Surferspiel. Und ja, es ist die Zeit gekommen, nämlich weiterzuspielen und unsere Werbung wieder anzuschauen, Mann. Also gut, Leute, lasst ein Like da, um keine Videos mehr zu fressen. Und ich brauche jetzt wieder Worts. Ähm, ich brauche Worts, ich brauche Worts. Ähm, okay, jetzt gehen wir los. Die erste Runde fängt dann jetzt, go, let's go. Okay, Leute, beim nächsten Part haben wir, im heutigen Part haben wir den Skin bekommen. Also den heutigen Skin, den heute ist noch gerade heute bekommen, verfügbar. Ja, gut. Oh, der neunte Fächer schon. Ach, ach was, sein Schlüssel ist oben. Gut, das, ach, blö. Und jetzt machen wir wieder nochmal die Challenge, nochmal ohne diese Spring, äh, 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 dieses komische Flugstange. Und dann noch die komische, und dann noch die Sternung, den darf man nicht einsammeln jetzt diese Woche. Also jetzt, weil sie jetzt doch um die Tour richtig jetzt auch mal einsammeln. Die gibt's auch in der Challenge nicht verfügt. Ach, ich bin weiter. Ne. Aber müsste die immer noch 90, weil die Sterne nun blöd ist. Oh, Jetpack. Oh, man muss das nicht kratzen. Also wirklich gut. Brrrr. Ähm. Also, wie lange haben wir schon Part, äh, sieben, gell? Wir haben Part sieben in dieser Woche. Nice. Also, Leute, es läuft wie geschmiert. Wir haben jetzt 31 von den Boards gekauft. Ach, Mist, da ist wieder die Spielfechter. Ey, was soll denn das? Was soll denn das, wenn es schmarrn sein? Also, also, Leute, Daumen drücken für das Video. He, he, he. Also, ja. Nehm. Ah, ja, jetzt haben wir die Challenge wieder verzaut. Ja, und du kannst die Challenge überhaupt nicht bestehen. Hm. Egal, wir müssen aber nur die Flugstangen. Äh, okay, die Flugstangen haben wir schon wieder gesehen, aber... Überraschungs-Item. Oh, Gott. Zehne. Also, Zehne. Zehne Geld. Okay, der erste Fächer. Also, Zehn-Sterne-Bewertung. Und dann nochmal noch eins. Oh, ein... Äh, mehr... Mehr Münzen. Also, mehr Münzen. Mehr Kohle. Epic. Epic. Oh, Muppe war auch... Äh, nicht Muppe. Ähm... Magneten. Oh, Mann. Magneten heißen die einfach. Magneten. Okay. Nein, Hift-Purschen brauche ich nicht. Oh, gut gesprungen. Bruder. Eigentlich Bruder, ein Schwester. Okay. Ui, ui, ui. Ui, ui. Okay. Oh, Überraschungs-Item. Und verpasst. Ah, Mist. Die Überraschungs-Item ist auch ein bisschen bitterlich gewesen. Oh, Check-Pack ist immer das Beste. Ach, nicht so viel Kohle gesammelt. Boah. Bacon, was machst du denn? Ui. Uff. 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 Ähm, okay. Da ist sogar noch mal eine... Ja, keine Ahnung mehr. Das ist noch mal eine Magneten. Immer wieder. Immer wieder. Überraschungs-Item. Oh, ja, gut. Hüften-Purschen. Schon wieder sehen. So. Ja, dies da. Kann man schon beim nächsten Pot schon. Ah, okay, noch mal. Oh, ja. Gib die Kohle. Wieso ist jetzt gerade ein Zug gespawnt? Keine Ahnung. Okay. Ach, nicht schon wieder das gleiche. Chat-Pack. Na, das wird dann das Item stehen bleiben. Bis jetzt wird es dann stehen geblieben. Brrrr. Oben ist das Teil. Oben ist dieses Fächer, aber... Das ist leider so blöd. Wir brauchen mal den Hips-Potion. Den Hips... Ding. Das Hips, ähm... Huch, huu. Sehr schön. Zweite Tour erreicht. Oder die erste Tour. Keine Ahnung. Brrrr. Brrrr. Oh, Überraschungs-Item. Ah, wir kriegen hier das erste noch mal dazu. Ach, jetzt bin ich irgendwie... Ah, mach das Ding weg. Okay. Okay, jetzt haben wir... ...schon wieder erreicht. Und hier ist das Fächer. Ah, das ist jetzt diesmal... Ja, richtig. Ah. Okay, gut gerollt. Nach oben. Die Züge drauf. Da, dann, da, dann. Wenn die Shells eh schon vermasselt. Nein. 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 Okay, eine... Magneten. Ach, ich weiß diese Stelle, ey. Sag mal, was ist denn? Ich weiß diese Stelle hier, ey. Okay. Nicht da oben. Ein Checkpack. Da oben war die Fächer. Und wir haben wieder fast gar keine... Äh, Spielmünzen, ähm. Äh, Schlüssel mehr. Ähm. Das Problem ist, ich muss dann immer, wenn ich diese Stelle sehe, muss ich unbedingt die Board aktivieren. Dann kriege ich kein Extra-Leben. Dann koste ich das nicht das Leben einfach. Aber, aber warum stamme ich jetzt das Ding wieder ein? Aber, wer weiß, die Challenge wurde eh schon nicht bestanden. Die Challenge. Okay, die vierte Fächer von 10. Oh, man. Okay, da ist das Überraschungs-Item. Hui. Einen Board. Kann man gar nicht kaputt machen. Okay. Ja, Board ist immer so gut. Immer die mäßigen Projekte, immer die komischen Überraschungs-Item mit Boards. Ach, unten war auch wieder so ein blöden Ding. Ach, du Schütz. Das war knapp. Der hat fast diesen blöden Boden nicht mehr und die flühen... Überraschungs-Ei. Nein! Schade. Ein Cappy und dann nochmal ein... Okay, warte. Ach, komm. Oh, da wollte ich gerade einen hauen eigentlich, aber nee. Weiß nicht gesehen. Okay, die Megatruhe. Gibt's Münzen? Gibt's Münzen? Okay. Zweite Runde. Ohne... Ohne Schlüssel ausgeben. Hm. Ja, weil ich gerade gehüpft bin und ich habe nicht gerollt. Kann ja passieren. Aber diesmal werde ich das nicht schaffen. Diesmal werde ich nicht sterben. Und da ist der fünfte Fächer dieser Tag. Der fünfte Fächer! Und der Chat-Bag ist auch noch am Start. Nein, ich wollte es ohne, aber ich möchte jetzt eigentlich, glaube ich, noch keine Challenge machen. Nur die mit den komischen Flugstangen-Challenge. S-Bag hat keine Challenge, okay? Dann kann man eigentlich die Tränen rausrocken. Das war richtig gut, selbst. Jetzt können wir probieren. Yum. Yum. Ich würde nicht über den Balkon springen. Fächer ist schon wieder oben. Ich verstehe das nicht. Okay. Oh, mehr Münzen. Okay. Immer mehr Münzen einsammeln. Ja, doch. Das wird sich tatsächlich eigentlich so gezeigt. Ja, Münzen mehr. Mehr Chancen auf 300. 3000, meine ich. Überraschungs-Item. Ist, äh, ja. Das Einzige, was ich jetzt nicht will, ist dieses komische Ding. Und das möchte ich aber nicht jetzt hier ausprobieren. Ach, was ist das doch doch für einen komischen Stern hier. Aber egal, die Sterne brauchen wir jetzt einfach mal. In dem Park. Ähm, ja. Ist klar. Was war denn das für ein Tod, bitte? Ich habe gar nichts gemacht, bitte. Was ist das? Das war jetzt ein Bug, bitte. Was soll denn das für ein Schmarrn sein, bitte? Ich habe nichts gemacht. Ich habe doch gerade gehüpft und dann bin ich irgendwie... creepy, oder? Das ist echt seltsam. Was ist das für ein Spiel, bitte? Alter. Ach, Mann, ey. Das ist unfair. Der Polizei hat mich doch nicht bekommen. Der Stoffi. Ähm. Ach, kurz zu nächsten, nein. Wieder eingestoßen. Ach, Mist. Blöder. Ah, blöder Polizei, ey. Also blöde Polizei von dem Blühenspiel meine ich nicht. Ich bin echt... Ich bin doch nicht so doof. Bin ich böse. Okay, der fünfte. Also der sechste. Okay, nehmen wir das nochmal in den Sternen-Ding. Ach, du meine Güte. Das könnte auch so knapp sein. Zum Ziel. 300 zu kriegen wäre auch nicht so schwer. Ich seh nix einfach mal. Ich freu euch ja mit diesen Münzen. Meine Warn sind heiß. Boah, keine Ahnung, wieso. Chatpacks! Okay. Naja, ein buntes Farben-Shackpad. Was ist das? Warum ist das eigentlich ein echtes Feuer? Das stimmt gerade nicht. Keine Ahnung. Ich kämme mich nicht mit diesem Spielwiklern aus. So, halten. Okay, ein Bot. Selbstgemachtes Bot. Selbstgemachtes Bot, ja. Weil fahren wir einfach mal. Das ist ja Überraschungs-Bord einfach. Wow. Okay, das Ding ist einfach weg. Okay, wir kriegen jetzt eine Chance, mehr Geld zu bekommen. Scheiße. Ah, das war's für mich. Next. Ach, Mann. Bitte, es läuft jetzt besser. Jetzt machen wir unsere Reden. Danach, wenn wir sehr viel reden, dann verlieren wir. Ich hab grad nicht auf meiner Zeitende nicht geguckt. Auf der Zeit, ähm, ja, wie heißt es nochmal? Diese komische Video-Zeit. Ah, wir gucken, wie kriegen wir nochmal eine? Oh. Komisch. Hey, guck mal, was er da macht. Der Tootsurfen. Ich mach das Ding kaputt. Das proben wir jetzt grad gar nicht. Ja, ich hab jetzt noch 30 Boards. Eins hab ich verspenden. Die Geis war nochmal bloß ein Stolz. Wie, zum Teufel hab ich schon 13? Das kann doch nicht sein. Der Drops geht in 13. Ein paar Missionen abgeschlossen habe. Okay, eine Ruhe. Ah, es ist eine Mist hier. Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, hier ist ein Hütz. Hütz, ähm, Schuh. Ah, es wäre aber auch nicht verkehrt. Es wäre aber auch nicht verkehrt. Es wäre wirklich auch nicht verkehrt. Hoffentlich. Ja, grad noch. Grad noch konnte ich über den Waggon springen. So, ich hab das gelegt. Das Set hat nicht so stark gelegt. Das 8. Von 10. Das 8 von 10. Okay, Überraschungs-Item. Ein Board schon wieder. Überstießt mich. Warum krieg ich jetzt nur Boards? Ich verstehe das jetzt nicht. Ich brauch keine Boards. Ah, das war knapp. Ja gut, dann brauch ich nochmal das Stern-Ding. Dann könnte ich noch mehr und mehr Münzen einsammeln. Und normalerweise für die Part, für den Challenge-Part nicht gegulden ist. Ja. Okay. Das ist ein, ja. Magneten, meine ich. Kann ich da über diese Waggon springen? Das geht tatsächlich locker. Aber das ist meiner Zeit auch passiert. Da bin ich einfach in die Waggonen gesprungen. Ich bin komplett gestorben. Ah, die anderen Münzen konnte ich nicht bekommen. Ach, Neno. Das ist zum Kotzen. Das ist mir keine Gefährdung. Und da sind auch wieder welche Brüchstellen. Ah, so welche Brüchstellen. Ah, Überraschungs-Item. Das ist immer besser. Und die kriegen das Ding. Aber das möchte ich nicht. Ach, Mist. Das ist so ein blödes Spiel. Das ist kein blödes Spiel. Aber trotzdem ist das immer so blöd. Bitte, dass ich das nur immer hinstoßen muss. Hüppst einfach über den Ding. What? Wo habe ich das bekommen? Ach, das hat der eingesammelt. Der hat es eingesammelt. Hey, lol. Er hat einfach den Fächer eingesammelt. Das ist wieder gelöst. Waaah. Mehr fünf. Oh, Mann. Mehr fünf reicht jetzt. Fünf reicht es jetzt. Fünf reicht es jetzt. Dann kaufe ich mir noch mehr von diesen Schlüssen ein. In dem letzten Part. In dem, wo ich jetzt keinen Part mehr ändere. Ich brauche zehn Münzen. Oh, was? Ach, zehn. Ach, zehn. Nein! Okay. Die vorletzte und alles entscheidende Runde. Und dann werden wir jetzt mal das Ding da aktivieren. Und schneller zu kommen. Nein, die Muppe wird besser. Jetzt nehmen wir die Muppe. Ah, nicht die Muppe. Ach, Mann. Äh, die blöde Muppe. Äh, dieses komische Ding. Und das hätte ich eigentlich nicht brauchen können. Mist. Also. Weißt du, wie das heißt? Mach mal dieses komische Magneten. 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 Ich hätte einfach mein Board einsetzen sollen. Jetzt mache ich es jetzt auch in dem, jetzt in dem vorletzten Part und in alles entscheidende Runde. Nee, das ist jetzt nicht der vorletzte. Das ist jetzt, das ist jetzt die, also das ist jetzt nicht die vorletzte. Danach ist das vorletzte Video. Ja, wenn es jetzt das vorletzte jetzt wäre, ne? Nein, bestellen mit. Das ist immer wieder ein Sonderbar. Äh, bestellen. Na gut, das könnte auch das vorletzte sein. Ich weiß nicht. Hm. Äh. Doch, das nimmt er einfach an sich. Dieser Magneten. Cool. Dieses Ding ist irgendwie gar nicht schlecht. Ja. Ja, hoffentlich. Ah, dieses Ding da, warum gibt es jetzt schon zweimal? Einmal reicht das. Einmal reicht's. Hm. Ach, ist das... Autsch, bin ich mit dem Ding geknallt, ey. Was soll denn das? Boah. Hm. Ach komm. 200 reicht nicht. Ach, da häpft ein Burschen. Wieder so ein Hüpf-Ding. Aber das könnte ich, glaube ich, jetzt nie getrauchen. Oder doch? Ja, Hexen sind die Pagons. Ja, ist klar. Und da oben ist das... Das, ja, das könnte ich noch gebrauchen. Aber ich kenne schon hier so einen riesen Hüpf-Burschen. Guck mal, dass ich wieder so ein mehr Hüpf-Ding. Ähm. Ah. Ja, 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 ja. Dank. Bin geknallt. Shit, ey. Ich hab nochmal grad noch so ein Ding gerettet. Ah, genau an der selben Stelle. Dieses Mal falle ich mich nicht rein. Puh. Okay, hier ist der Fächer 2. Das... Nee. Superrolle über... Das... Ui, da hat die Mona Lisa fast... Fast in die Arme gelaufen. Shad-Pack. Ah, ich hab die Anomisen verpasst. Egal. Das Mal läuft jetzt grad besser auf euch als vorher. Okay. Okay, in der Mitte befindet sich ein Fächer. Ach, komm. Vier. Okay. Ich muss jetzt nochmal ein Board aktivieren, weil das... Der Schiene ist ausgewehen. Aber fies ist das. Zip-Pack. Sag mal, noch vier, das verstehe ich nicht. Aber ich muss noch welche bereiten. Ja, sollen wir auch in zweiten Hör mal auf. Ist doch auch fies. Ich hab doch... Ich hab doch gerollt. Aber es hat mir zu früh gerollt. Ach. Ach, für schnell. Okay. Oh, ein Board. Ist immer besser als nichts. Wenn ich jetzt irgendwo sterbe. Äh. Ach. Ja. Ah, genau. Hier kann man auch noch sich stoßen. Ist klar. Ach, Mist. Immer in derselben Stelle. Oh, Mann. Oh, Mann. Was war denn eigentlich gerade Feuchel passiert? Warum bin ich denn vorher gestorben? Fünfter. Bin ich gerade gestorben, Feuchel, in dem anderen Part? Bin ich gerade... Keine Ahnung. Oh. 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 Ah. Uiuiui. Ui. Das ist immer so knapp. Mit seinen Hüpfen. Das ist immer das Knappe. Okay, damit das hier. Ah, hat ihn dabei weggenommen. Ehh. Brr. Okay. Alles ist immer gut. So, danke. Okay. Aber hat er noch zu ruten gelassen? Das ist ja. Komm schon. Perfekto. Okay. Ich glaube, das war das alles in Scheinrunde, glaube ich. Das ist, glaube ich, jetzt die letzte finale Runde. Aber die Parkonspring ist nicht einfach. Oh, bist du jetzt gerade gerollt? Das wollte ich gerade nicht. Mhm. Ah! Überall ist nichts möglich. Die Challenge haben wir immer noch gut bestanden mit dem komischen Ohnesprung-Ding. Haben wir gerade noch geschafft. Ah, nee, da ist auch noch mal so eins. Aber wer? Vielleicht kann ich einfach die ignorieren. Nein, jetzt bin ich schon wieder... ...ingestoßen. Okay, das ist die erste Truhe. Diese... Ja. Nicht schon mehr. Scheiße. Oh, Mann. Okay, ich bin jetzt gerade eine Rolle gemacht. Das war ich jetzt gerade nicht. Jetzt müssen wir entscheiden, dass wir mal das hier... Ja, alle beide. Aber es ging nicht. Alle beide. Reicht nichts. Okay, vorletzte Runde. Ja, okay. Vorletzte Runde. Und der zweite... Ach, das ist echt cool. Nächste Runde. Oh, Gott. Ich glaube, wir werden die letzte Runde noch spielen. Die letzte und alles entscheidende Runde. Okay. Mhm. Oh, Mann. Also, das ist immer das Video, das ist jetzt schon auf sieben. Das Video ist schon auf sieben. Hm. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Da oben ist schon wieder dieses Fächer. Wie soll das gehen? Du hast doch gerade kein Hüpf... ...kein blödes Schuh bekommen. Also, diese blöden Fächer sind asozial. Sind einfach so blöd hingemacht. Ist nicht dein Herztier. Brrrr. Heute habe ich in Roblox... ...hehe. Habe ich, äh, ja. Ja. Da habe ich, ähm... ...Panzer gespielt. War lustig. Aber die anderen haben es nicht lustig gefunden. Aber das war auch ein bisschen zu fies. Aber egal. Ich habe ja auch wieder entschuldigt. Es ist alles wieder gut. Okay. Nach oben. Oh je. Ich kann dann die anderen auch noch einsammeln. Das ist einfach das Beste, was ich da habe. Die Challenge ist ja von mir egal. Vielleicht könntest du dann auch... ...die Poe schlafen. Wir können einfach diesen blöden, ähm... ...Kickstecker erfüllen. So klar. Aber ich möchte gerne... ...erst mal einmal... ...ohne ins Spiel. Mhm. Ähm, aber die Fächern ist keine Challenge lieber nicht nötig, weil... ...immer mehr... ...also ich werde jetzt nicht benutzen. Ist egal. Ja, wir haben die Challenge jetzt wieder vermasselt. Aber... ...bei den nächsten Part werden wir das nicht machen. Da werden wir einfach so eine Runde spielen. Ohne... ...eine blöde Challenge. Na gut, dann machen wir jetzt ohne Challenge. Wir machen jetzt einfach die Hypoten und die Sterne. Und wenn wir Münzen bekommen, wir möchten ja bis 300 schaffen, bis... ...bis 3000, dann müssen wir das schaffen wollen. Mhm. Verstehst du? Verstehst du einfach? Verstehst du Deutsche? Okay, mein Spaß. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gerade noch hat er noch gesprungen. Aber Drops, den kriegst du noch ein... ...Seichen, dass du... ...nicht... ...also aufpassen musst. Oh, juhu. Falsche Stelle. Eins, vier dann. Ihhh. Mhm. Oh, ein Überraschungsalter, mein Schwieres Kleid. Ach, Mann, Alter. Sieh! Ui, fast auf den komischen, ähm, äh, Drachen bin gestorben. Wait, jetzt muss ich warten. Ich muss jetzt spielen. Äh, äh, äh. Drei! Jetzt brauchen wir mal drei. Drei Münzen reichen, ne? Drei Münzen reichen. Ja, jetzt nehmen wir. Ai! Okay. Oh, yeah. Ah, okay. Rolle muss drin rollen. Und die letzte. Okay, jetzt haben wir wieder eine Drohe bekommen. Und wir müssen wieder zehn sammeln. Immer wieder das Gleiche. Okay. Zehn Münzen Verstärkung. Immer das Beste! Oh! Puff! Puff! Nein. Mhm. Es reicht nicht mehr. Oh, Mann. Pfff! Okay, die erste Fächer. Superrolle! Spass. Egal. Mhm. Wachen wir das Ding auch nochmal mit. Ui! Eizer! Ist das immer so gestört mit dem komischen Ding? Okay. Also das könnte man nicht benutzen, das Ding. Da sind die Baggons zu schwer. Da sind die Baggons zu schwer. Oh! Schlüssel! In der Mitte. Wie geil. Ein Schlüssel in der Mitte. Und ein... Das brauchen wir. Okay. Innovieren wir die Münzen. Wir müssen die Fächern einsammeln. Die bringen mehr. Was? Also aus Münzen genauso. Und müssen ja bis drei holen. Äh, tausend, drei, tausend schaffen. Nein. Ähm. Schmiede elf. War wieder so ein Überraschungs-Item. Dann hab ich's. Ah, keine super Rolle. Das mach ich jetzt nicht. Ein Fächer. Nein! Puh! Achtung. Was? Achtung 20? Ich hab's grad noch gemacht, weil ich hier an der Stelle, die ja jetzt ein bisschen schäppelt. Sehr schön. Genau an der selben Stelle, wo ich gerade war. Ich hab ihm Hammund gewiss. Grad noch ein Video. Jetzt hab ich grad Krampf. Oh je. Oh, Erwaschungs-Seite. Oh ja. Ist klar. Okay, da war wieder so ein blöden Item. Das ist ein Fächer-Item. Aber das hab ich jetzt nicht bekommen. Weil ich stelle asozial war. Schockpack. Wieder zweite Runde. Also die alles letzte, äh, die alles entscheidende Runde. Wieder ein Schockpack. Na, meine Nase juckt. Das heißt mir Gefahr. Das heißt Gefahr. Mal weiter. Superrolle. Äh, gehen nackt in der selben Stelle. Würdest du mich jetzt echt ein bisschen verarschen? Wenn ich das Wort eigentlich sagen darf. Also verarschen. Weil es war in der selben Stelle gewesen. Komische Fächer. Äh, gehen nackt in der selben Stelle. Äh, gehen nackt in der selben Stelle. Ach, ich hätte die andere Rolle ja nehmen sollen. Bin ich da eigentlich gewinnt? Ja, kann man sogar. Aber an der letzten Stelle bin ich jetzt nie mehr sicher. Oh man, hoffentlich ist es endlich mein Fucht bei Ihnen. Ich konnte nicht anders. Ja, die... So Leute, das war's mit der Folge von, ähm... Äh, Schörfer, wenn's nicht geweint hat. Und wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Fabian unterstreben 6. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Fabian unterstreben 6. Wir öffnen jetzt. Mann, wir kriegen jetzt schon 10 Schlüssel. Ist nicht wahr. 10 Schlüssel. Was als nächstes? Den Board. Oh mein Gott. 4.002 Ding und eine Megatruhe und zwei Ding und eine Truhe. Äh, nicht eine Truhe. Und ein 10 Münze.